ARD Text im Auftrag von Funk Kommt einer Kommt zu mir Da läuft er Nee warum kommt der da Der kommt von der anderen Seite Warum Papapapapa We will make them cry Papapapapapa Papapapapa 4 hp Okay, der andere ist onside. Also das auch mal remake. Naja, dat wird nix. Dann macht er wieder ewig. Ah geil, falsche Waffe gekauft. Bist du an? Ja. Wir müssen gehen. Da hüpft er. Ich muss zurückfallen, weil einer da an der Planke ist. Einen hab ich. Ja, er kanns leben. Wirklich? Ja, jetzt vielleicht nimmer. Was haben denn die Nades? Da kam er. Ich hab die auch gekauft. Da hüpft der da. Unfair. Natürlich keiner da. Von hinten! Ey! Ey, der Timing! Der kommt Tür rein. Wow! Wie konnte der denn jetzt von da hinten kommen? Ja! Der ist losgelaufen als ich auch losgelaufen, garantiert. Ich geh aber jetzt nochmal hin. Was? Ich geh nochmal hin. Warte ich einfach. Ja, wenn wir nicht sofort planten, müssen wir glaube ich einen töten. Bevor man plantet. Das ist gut. Ich geh auch. Ich geh auch. Ich glaube jetzt muss ich noch mal Rampe Es stinkt einfach durch Rampe war bis jetzt nicht gut Ich weiß nur was lieber Smog Smog Smoke rechts Da waren zwei noch Ja ich weiß Aber ich weiß nicht Ich dachte jetzt der ist Der ist halt schon durch die Smoke So Naja Wie kann die Flash mich treffen? Eine On-Spot? Einer Am Cardown Wow Ich bin so kacke Ach man Ach man Oh, der Terrorist-Win! klick Maus-Bots führt gegen Astralis 0 zu... also 8 zu 0. Aha. Ist das nicht verrückt? Ja, schon sehr. Oh, einer ist. Warte des Todes. Wir sind beide hier. Einer Rampe, einer. Letzter, keine Ahnung. Ich hab einen HP, ne? Yes, you have to hide. Immer mich hier, ne? Ja, endlich mal Geld. We're wasting time, let's go. Grenade out. Weider, weider, weider! Weider! Einer! Counter-Terrorists win! Oh, den hab ich... 62 und 2? Was? Wie? Ist doch nur der vorbei gerannt. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Einer ist, man. Aber eine Decoi. Ich muss den schön um die Wohren schmeißen. Aber eine Decoi. Ich muss den schön um die Wohren schmeißen. Sollte sie auch. Ach komm, warum zeige ich mich denn überhaupt? Der andere hatte die Scout. Der guckt Loch. Der guckt Loch. Hm. Oh. Geile Flash von mir. Wie schön war er denn? Ich hab die Flaschloi echt getroffen, ey. Deine dumme Flash. Ich wollte, dass sie aufm Boden poppt. Und dann über die Kiste knüpft. So ganz niedrig. Aber der stand einfach schon vor mir. So dann, loslassen. Do not be afraid. Let's go. Pop die mehr. Ich hänge dem Kackloch fest! Ich habe die Flaschloose mit Kackloch fest! Ohohoh. xd wow doch wieder ist doch was kaputt so 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 so